Einfach nur aus diesem beschissenen Grund. Warte, ich zerschieße Glas. Ich brauche eine Waffe, ich will... Nein. Ich brauche auch eine nicht. Nein. Ne, warte. Nein. Ey, was ist das denn? Mima, 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 Mima. Würdest du über die gehen, ich fühle mich nicht wohl. Ich habe keine Waffe und deshalb fühle ich mich in der Gegenwart mit einer richtigen Waffe nicht wohl. Da fühle ich mich nicht wohl. Oh, Leute, ich werde... Ich halte immer hier, ich weiß nicht, wer waffe. Oh, hat jemand... Oh, Eiskeygeken. Warum ist hier... Wer gammelt denn da? Oh, runtergefallen. Ah, hallo. Hallo. Oh mein Gott, hier sind wir... zu viele Leute. Zu viele... zu viele Dudes einfach nur. Zu viele Dudes. Oh Gott. Oh Gott. He doesn't notice. Ich habe 94, reicht mir. Okay. Oh Mann. Hallo, ihr stalkt mich. Ich fühle mich gestalkt. Und da stalk ich einfach zurück. Okay. Äh... Okay, Jordan, warum... Leute, jetzt... Leute, jetzt... Leute, ich... Jordan! Nein, ich... Ich habe Jordan definitiv das schießen sehen. What... what happened? Oh, hier ist eine Leiche. Oh, hier ist niemand. Ich bin gerade da runtergesprungen. Ich stehe so halb neben ihm und er schießt gerade. Okay. Okay. Guck, geh auf was hast du mit gestalten. Auf das Schild. Kann ich bestätigen. Leute, komm doch rein. Ha, Ice-T, ich bin nicht hinter dir. Oh, ich kann mal meine Waffen endlich wiedersehen. Boah, Ice-T, ganz ehrlich, rennst du mir immer nur hinterher? Ja. Ja, er ist nicht mehr mein Schatten, sondern Steiner. Kurz trinken. Ah! Boah! Das war eine Pitch. Das war 100 ohne Pitch. Du hörst du... Boah! Genau, man hat erst den Möwenschrei gehört, dann... Sein Schrei, dann die Explosion. What the fuck war das Krall? Oh! Randgranate! Oh! Let's go! Okay, let's go! Dingelingeling! Dingelingeling! Komm rein, dann kann ich raus! Ich bitte! Zieh dich! Hallo! Ja. Hast du gar nicht mehr da? Okay. Guten Tag! Stell den Traitor mal öffentlich aus. Äh, gleichen Schindungen. Ach, da seid ihr? Ja, so kann ich keiner eigentlich wiederbeleben. Ja, so. Oh fuck! Oh man... Du wirst mich nicht mehr los. Komm! Ach doch, das lässt sich ganz einfach einrichten. Nein, 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 nein. Okay, alles klar. Guten Tag. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Ja? Ihr seid alle so fett, ihr kommt da nicht mal an mir vorbei. Ja, ihr seid so fett! Und besser? Du bist doch fett! Ihr seid fett! Ich hab noch nie so fette Leute gesehen. Ich geb dir gleich fett! Fett eins auf dem Deckel! Steht hier irgendwas? Steht hier irgendwas? Neu, jetzt geh mal weg mit der Leiche. Warum? Das meint du. Niko? Niko, kommst du mal kurz her? Ich darf doch wohl beide Leute verhalten. Steht hier was? Mir steht hier nix. Mir steht hier nix. Mir steht da nix. Komm dann, die Mann. Zumindest gerade nix. Schmidi! Irgendwas steht da. Irgendwas steht da. Siehst du, dass was steht? Error. Ne. Ne, bei mir steht gar nix. Ich komm da nicht hin. Ich vermischt den Error. Bei mir ist ja nix. Achso, das ist Neues. Werds. Vollzeit gucken. Werds. Werds. Ich hab damit. Hui. Ne, jetzt was? Ich bin grad am überlegen, wie egal, wenn meine Punkte sind. Daher. Das sieht! Okay, doch nicht. Ich hab damit keine Verträge. Mit Punkt hab ich überhaupt null. Wow. Alter, wie's mir in den Finger reizt, hier ne innen sie reinzuwerfen. Wie's mir in den Finger reizt, hier ne innen sie reinzuwerfen. Also es ist uns beiden glaub ich nicht. Wie's mir in den Finger reizt, hier hinherzugeben. Die, wir rennen raus und erschießen jeden, der sich bewegt. Okay. Er schießt da? War klar. War klar. Sagst du nicht jeden, der sich bewegt? Ah, scheiße. Wow, ich hab ne sehr gute Bilanz. Nur Emoset. Wunderbar. Wunderbar. Das läuft gut. Wow, kein Bulli mehr. Nice. Wow, kein Bulli mehr. Nice. Ich hab grad drei Innocent am Stück. Ja, aber mein Aim war so richtig Müll. Ich hab nicht gewundert, warum mein Aim so gut war. Ich hab jeden Helder, Helder, Helder Tod. Ey, aber was ein Timing, bitte das Neues in dem Moment, wo ich Mima Headshot halt einfach von dem scheiß Dach fällt. Ja. Ah, hab ich einfach so ein beschissenes Aim. Naja, nach meiner Verteidigung, ich hab meine Waffen nicht. Was sagst du denn, du hast ein beschissenes Aim, ich hab's nicht geschafft auf meine Waffe zu wechseln. PS wird gut. Lack nicht an deinen Mames. PS, die Pigeon und mit Rednook, das war ich. Mh. Mh. Rockanotte. Äh. So. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Ich mag aber die Pistole nicht. Oh ja. Pistole ist kacka. Crazy. Nice. Erschießen. Ich hab noch nie so einen verrückten Schatten gesehen. Der sieht echt crazy aus. Crazy Shadow. Badum. Vor allem ganz ehrlich, der... Badum. Er will den Troll halt auch echt erzwingen, oder? Ja, ist halt echt so. Vor allem macht der jetzt auch so gut wie keinen Schaden mehr. Ach, hier hinten. Also ich. Ich hab auch noch Waffen. Ach so. Echt? Echt? Ich hab doch auch kaum mehr. Ja, der hat einen richtig üblen Schadensmalus jetzt. So. Detektiv. Okay, das sieht jetzt richtig creepy aus. Alle Detektiv. Darf ich dich rumschützen? Nein, darfst du nicht. Was darfst du? Warum laufen wir eigentlich alle dem Niklas hinterher? Hast du mich? Nee, nicht mehr alle. Ich hab die gerade rumgeschwisst. Nochmal. Aha. Ein Rettnack. Rettnack? Ja, schieß doch. Rettnack? 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 Rettnack. Rettnack. Wiii, das macht Spaß. Ah ja, äh, John, kennst du nicht den Ducksprung? Doch, kenn ich. Okay, klar schon. Und ich bin tot in 3, 2, 1. Crazy IC und... Ach doch nicht. Doch, irgendeiner hat auf mich geschossen. Ich weiß aber nicht von wo. Moment mal. Da ich keinen Schuss gehört hab, tippe ich auf eine Silence Ava. Cookie ist tot. Aber du kannst doch eine Silence Ava erst kaufen, wenn du Punkte gemacht hast. Oder hast du schon Punkte? Naja, von der Handpunkte. Hast du von der Handpunkte? Achso, ich dachte, jetzt müsstest du die erst weiter halten. Ich werde tot. Ich werde dich insinfizieren. I'm sorry. Ja, Cookie ist tot. Cookie ist tot. Fuck. Sie haben einen gespringtenkel wie zum Häschen. Nicht nur, dass ich verrückt bin und einen Schatten hab. Ich hab jetzt sogar zwei Schatten. Ja, das war Cookie. Find ich echt ganz geil. Insta! So, da ist schon wieder Niklas. Niklas ist wounded. Der, weil er gerade schon getroffen wurde. Wow! Wow! Storben! Wow! Sie haben explodiert. Warte. Bringt euch in Sicherheit. Innocent. Bringt euch in Sicherheit. Beide laufen in dieselbe Umkleider her. Wow! Geil! Warte in Sicherheit, ja. Au, ich auch. Ich wurde angeschossen. Ey, Nico. Mit so'n... Dings und... Warte, ich such mal. Ice-T. Ich scanne... ...die Umgebung ab. Da, da oben, da oben, da oben. Neues ist. Neues? Okay. Niko, geh weg. Prima. Oh, du bist oben. Voll schreckst mich mal so. Ma-A-A-A-A-A-A-N-Go. ich hab's gesehen aber war grüße in kabin jordan das war ich wollte gerade jetzt jordan ein brett an die wand geklatscht ist neues weißt du wie glück du hat wie glück ich hatte du schießt mich genau auf und dann war der letzte Atemzug neus und dann einfach tot ach du warst tot ja du hast mich gelötet aber genau in der Sekunde wo ich neus sagte ich hab geschossen und dann 1,2,2 neus auf jeden Fall ich bin gestorben und genau in dem Moment sag ich so neus alter wie viele Leute hier rumrennen aber du hattest ein kleines AVO oder? nein das war der normale Scouts ich hab keinen Schuss gehört ich war aber auch auf der anderen Seite ich war aber auch oben das heißt ich war zu weit weg als das zu hören ja aber trotzdem muss man doch irgendwas für mich gar nix oh crazy der Echo hier ist ja eigentlich normalerweise ich nehme meine Crowbar ich zerschlage Glas hey crazy ich zerschieße Glas ich zerschieße Glas hello oh da wird schon wieder rumgeschossen was denn da los? klar natürlich ich nicht auf jeden Fall frag mal wie kommt man an die andere Seite äh entweder als Traitor oder über nen speziellen Weg den ich euch nicht verraten werde ach so ach wahrscheinlich dann über ja ok holt er sich wieder die nein es gibt sogar mehrere Wege ok ich geh mal testen ob es meine Theorie stimmt da was hast du da hinten gefunden? was da? oh ne Sniper oh ne Sniper ok ach gibt es hier in den Kabinen auch Waffen? ja ja aber nicht in allen sondern nur so alle 20 Kabinen äh Nico ich schubsliege Niklas ich schubsliege oh was ist? zwischen den Kabinen liegt teilweise auch noch was warte 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 äh dient am meisten die äh Eckkabine die ganze äh Leute sorry 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 da liegt ich ich konnte nicht rechtsklick machen da hat er schon rechtsklick gemacht oh 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 wie gesagt ist ein cooldown ein cooldown ok tut mir leid wieviel schadest du bekommen? ein? zwei? alles gut ne 10 elf was? ja einschuss mit 700 mit 700 Karma mach ich dir noch 10 Schaden mit ner Crowbar alles klar ja alles klar war echt so ein Hyping Moment äh normalerweise sind es 20 Schaden die du machst wow ok ihr habt 1500 Karma normalerweise äh ja glaub ich alles klar dann hab ich ja 50% bei etwas weniger nein ich kann ich kann ja oh 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 du kannst fach ja wie gesagt silenz rwp Entschuldigung Entschuldigung Alter WTF Hört ihr bei jemandem Musik? Hört ihr in der Gegenwart von irgendjemandem Musik? Nein Geh mal weg Bei der Kabine und ich hör nichts Wie ist wer bei mir? Shadows bei mir Ich geh die Rutsche runter Ich geh einfach meinen Weg und tu nichts Lass mich einfach in Frieden, okay? Wird kein leichter sein Oh Leute, hier ist jemand gestorben Was ist denn da los? Es ist Nico, also Gruff Warum schießt du jetzt auf mich? Und Jordan Ja, warum wohl? Ist jetzt echt nicht so schwer Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist da los? Was ist da los, Jungens? Was ist da los? Hallo, hör doch mal auf Wie, womit denn? Was mach ich denn? Jordan ist im Wasser? Alles klar Genau, im Moment der eine Klick Oder was? Warte Ah Ich geh sicher nicht in den Pool Oh gut, okay Wenn du das machen willst Also wir beide sind Brooven, weil wir haben beide drauf geschossen Ich weiß nicht, wie beherzt du drauf geschossen Aber ich glaub dir das mal Ey, guck Ich glaub ich hab mich sogar gekillt Ja, okay Ja, ja, Rednook Rednook ist Oh, okay, dann sorry Ich dachte ich hätte ihn gekillt Dann vergiss es, ich habe nichts gesagt Alles gut Hey, wer schießt noch auf mich? What? Alles gut Ja, Rednook Ja, Rednook Achtung Da ist du drüben Grüß Mehr Wochen noch auf mich Wo ist da drüben? Ach, da ist drüben Äh Ja Ach ne, das bist du Ups Sorry, Cookie Sag nur nur drüben und Sekunde Ich hatte Nein, warte Da drüben hat nicht Rednook gestanden Da ist Cookie gestanden Nein, warte Ähm Niklas hinter dir ist Willst du mich jetzt nicht verarschen? Niklas? Also der da drüben schießt auf jeden Fall auf mich Wer schießt schon wieder auf mich? Also Cookie schießt auf mich Der steht drüben da etwas links vom Traitor Raum Sicher? Das ist Cookie? Keine Ahnung, ich schieße einfach jeden an Passt schon Hoffentlich nicht mich Siehst du ihn? Wo ist der denn? Nein, hör auf damit! Ja Wo ist er? Drüben bei den Rutschen Nicht bei der Großen, bei der Kleinen Alles klar Und du bist da oben, sehe ich das richtig? Wie zum Henker bist du da eigentlich als Innocent hingekommen? Hast du dir grad echt einen Header gefangen? Oder? Oh Mann Wo... ja ich dachte ich habe nico nicht gesehen der da hinten in der Ecke war ey das war gerade so dämlich ich habe einen One-Klick verteilt und dann hätte einen neuesten One-Klick gekriegt und in dem Moment habe ich einen Lack aber sorry Redman ich dachte du wärst es, dann wurdest du aber genau abgeschossen und kommst dann jetzt schweizt er hinterher vor allem ich habe erst so geguckt hm Jordan schießt einfach nur in meine Richtung ja was halt mega strange war ja ich habe halt gedacht ich stand da jetzt still der hat mir keinen Heller gegeben, wieso schießt der Weißer ja so ein mega Leck hat er ich meine die Kugel ist in deinen Kopf die Kugel ist in deinen Kopf eingeschleitert, hat so okay der muss down sein in dem Moment habe ich so ein Leck so what the fuck George hat der Fuki gerade safe getroffen ich glaube der hat nicht mal Schaden gekriegt ja ich glaube das leckt ab und zu nochmal nehm ich mal da gibt es nichts zu trinken du hast ich hab du was vom ganzen töten Redman hat scheinbar zu viel energy du schießt in die Luft ja ne ich schubst dich na Tramp was am kaufen 370 ms oh die shit oh wow das seh ich grad ich hab ne Sniper ja ich hab eine ne ganz gute die zielt sehr weit wo oben abgeschossen von wo weiß ich nicht ich leid auf den Kabinen drauf ich wurde abgestattet ich bin hier helf mir helf mir helf mir mehr helf mir mehr okay ah das war zu viel zu viel zu viel Hilfe war Nico schon wieder wie viel Hilfe brauchst du äh vier Hilfe ich brauche vier Hilfe ich brauche vier Hilfe und ein YouTube Machi ich fühle mich belästigt weg von hier ich hab meine Frage bin ich eigentlich du wenn ich angeschossen wurde äh ja weil Nico dich angeschossen hat wo liegt der da wo ihn keiner von euch finden wird da ganz oben ich hab's gesehen Niklas was machst du da oben rumdancen Ups ich hab leider nicht gesehen wie du hochgekommen bist nein ich ich hab nichts gesagt ich spring mal nein aua alter nein Nico du hast es nur für Tracer angestellt du springst ja ich hab's gesehen die Bände hier sind zu hoch nein 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 jetzt wer ist da grad runter gefallen ich lebe nur oh man ey ich bin zu blöd für das Game das ist nur Palpatine fällt in den Abgrund na 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 wusstest du dass der Schrei von Palpatine in Elf ich spiel Eishockey mit Riesenhockey ist dass das gar nicht der Traum vom Schauspieler von Palpatine ist ach ne okay ne wusste ich nicht ne das ist der Schrei von Mark Hamill wo er in Bespin runterfällt den Schrei hat man rausgekattet weil man sich dachte hä er wirft dich da doch mit Absicht runter warum sollte er beim Fall schreien oria Eishockey können wir mal auf meinem kopf trauen wir müssen fragen das protokoll warum bist du fast tot weil ich wie gesagt ich wurde vorher angesniped das war der grund von wem weiß ich nicht ich versuche in die rüber zu kommen aber das war die gestorben war das nicht oder war das ich musste runtergehen weil es war kein einziger ausweg ich das war nämlich meine theorie ob man da hochkommt aber geht nicht ich war also man kommt irgendwie hier hoch also gerade von der von dem scheiß wasserrutsche aber ich weiß dass wir hoch auf den querträger was ist passiert ein bisschen hochlaufen ja warte wenn du drauf bist dann umdrehen und mit dem crouch jump obendrauf springen erst crouchen dann springen oder springen und crouchen und dann musst du warte ich schieß mal dahin hier hoch wollte es eigentlich ja jetzt einfach weiterlaufen und dann über das hier oben okay folgen ich habe gedacht du bist ja wenn du willst komme ich warte ich werfe die waffe erst wie ist das wetter da unten jetzt mal bei den kabinen aufpassen da sind nämlich zwei tote und club bei den kabinen sind auch nur zwei lebende sind die warum liegt hier oben ein boot ich komm mit darf ich dich mit gesellen wurde es angeschossen ich mache auf die habe ich echt keine angst und wenn du mich gleich killst dann haltet euch alle die ohren zu kleine empfehlung vielleicht das ist ja genau er schreit aber so laut dass es vom himmel her weiß er ist gestorben immer ich kann auch in der kann auch heute sagen so genannt ist wie der tru ein thron okay dann halt von der hölle von der hölle aus nach oben wir machen jetzt mal party hier ähm ich hab grad was gehört Neuss Neuss ist tot wie das auf einmal ja taube nema fängt an zu reden ja irgendwann muss ich ja mal niemand redet viel sie ist es oh da hinten redet warte mal komm mal her siehst du siehst du da hinten Neuss am liegen oh da liegt noch jemand der Detektor sagt doch da hinten zwei Leichen oh Fingung Pfff still oh crazy oh fick dich ja ich will jetzt nur ein High-Fing alter man fingiert immer wieder hoch oder unter und ich hab nen bug ich hab nen taube nach drauf wo ich nen schrubf in der Hand hab das ist geil ja klar du willst wahrscheinlich dass ich mich damit absichtlich an die kante stellen dann macht es auf einmal mal so ne Frage wie viel Zeit hab ich noch und wie viel Zeit ist noch oh ein bisschen oh ein bisschen fühl mich nicht wohl was wir legen für jeden für 30 Sekunden warum sind wir so viele lass dir Zeit wir haben noch Zeit kein Stress lass mich raten ihr habt auch ein Radar ja ja klar das ist einer von euch würde ich gleich irgendwo hinstellen ich werde nicht mehr was sagen können kriegt nen Header und die Runde ist vorbei ja eventuell ich werd nervös ich muss einfach mal schießen der nervöse Finger ja mir wäre es lieb wenn dieser nervöse Finger genauso gut wie beim letzten mal funktionieren würde dass ich auch schön Traitor weg mache nein bei einer Wahrscheinlichkeit von wie viele Traitor haben wir drei oder vier drei drei bei einer Wahrscheinlichkeit also von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben von drei also dann nehmen wir noch den Detective raus oh hi 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 was war dann Vielen Dank.